Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Mr. T. aus Karlsruhe. Heute mit dem Thema diese verdammten Glaubenssätze. Ja, ich bin natürlich in meinem Job als Pörseltrainer, Ernährungsberater und Motivationstrainer, Mentaltrainer, bin ich ganz oft konfrontiert mit Glaubenssätzen. Und ja, ihr wisst ja, diese Ideen bekomme ich immer von meinen Coaches, immer von meinen Zuschauern. Die haben gefragt, sag mal, mach doch mal was zum Thema Glaubenssätze. Warum sind eigentlich Glaubenssätze so mächtig? Warum sind Glaubenssätze so mächtig? Gute Frage, ne? Glaubenssätze sind so mächtig, weil diese Glaubenssätze meistens alt sind, uralt sind. Und viele Glaubenssätze von uns sind übernommen von unseren Eltern, von unserem ersten nahen sozialen Umfeld. Wir können uns unsere Eltern nicht raussuchen. Der eine hat Glück, der andere hat weniger Glück. Und unsere Eltern, die haben natürlich auch ein Verhaltensmuster. So, und dieses Verhaltensmuster von unseren Eltern, von den Freunden von unseren Eltern, dann von den ersten Freunden, die wir haben, aus dem Kindergarten die Eltern, das sind alles Dinge, die wir sehen und die wir hören. Und wir Kinder, wir lernen durch Kopieren, wir lernen durch Spiegeln. Wir haben Spiegelneuronen. Und das, was wir häufig sehen, was wir häufig von unseren Eltern sehen, in unseren Eltern sind unsere Vorbilder, befinden wir als Guten und sagen, das ist richtig so. Und deswegen haben wir ganz viele Glaubenssätze, die sind in unserer Kindheit verankert. Und diese Glaubenssätze, die können manchmal eine Katastrophe sein. Die können manchmal eine Riesenblockade sein. Warum? Wenn wir jetzt zum Beispiel, in meinem Fall, wenn ich Coaches habe, die abnehmen möchten. Und da waren die Eltern vom Essverhalten immer so, dass sie natürlich auch mit dem Thema gesunde Ernährung überhaupt nichts im Hut hatten. Oh, gesundes Essen schmeckt ja nicht. Und immer nur das Gemüsezeug, das taugt doch nichts und schmeckt ja nicht. Und dann Getränke, Wasser trinken, der Teufel schmeckt nicht. Und Kuchen muss sein, Alkohol muss sein, Zigaretten müssen sein. Das ist gut, die Eltern machen es vor, die Eltern rauchen, die Eltern essen ungesunde Sachen, die Eltern machen keinen Sport, die Eltern haben kein Interesse, sich gesund zu ernähren. Ja, was machen wir Kinder? Die Eltern sind unsere Vorbilder. Und da sagen wir, ja, wenn die das machen, dann muss es gut sein, das muss gesund sein, weil sonst würden sie ja nicht machen, das sind ja unsere Eltern, das sind ja unsere Vorbilder, das sind ja schlauer wie wir. Also spiegeln wir diese Verhaltensweise, übernehmen die Glaubenssätze, die sagen, gesundes Essen schmeckt nicht, Sport ist nur anstrengend, denn Sport bringt nichts, das macht doch kein Mensch. Wenn Menschen körperlich arbeiten, brauche ich dann auch noch Sport machen. Und mit diesen Glaubenssätzen werden wir dann groß. Diese Glaubenssätze bleiben dann bei uns verankert. Und selbst wenn wir älter sind, schon selbstständig denken können, sind oftmals diese Glaubenssätze noch ganz tief in uns verankert. und sind die Überzeugung, ich habe Coaches, die kommen mit der Überzeugung, Gewichtsreduktion, gesundes Essen, schmeckt nicht, Gemüse schmeckt nicht. Papa hat es nicht gegessen, Mama hat es nicht gegessen, finde es nicht gut, ich esse es auch nicht. Mama hat immer Pizza gegessen, Papa hat Pizza gegessen, Mama hat Bier getrunken, Papa hat Bier getrunken, Mama hat Schokolade gegessen. Keine Gesundheit, das ist nicht gut. Mit dieser Einstellung, mit diesen Glaubenssätzen schlagen die hier auf und möchten einen Ernährungsplan haben. Das gleiche gilt für Sport, Mama hat keinen Sport gemacht, Papa hat keinen Sport gemacht. Ah, Sport, Sport ist was für Faulenser. Die haben den ganzen Tag nichts zu tun. Sport ist nur für Leute, die nicht gearbeitet haben. Die sind abends noch viel zu fit, wenn du richtig gearbeitet hast, den Arsch aufgerissen hast, dann hast du keinen Bock mehr auf Sport zu machen. Mit diesen Glaubenssätzen kommen die zu mir und möchten dann ihr Leben umkrempeln. Ihr stellt selber gerade fest, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, kann man nicht. Es wird nicht funktionieren, dass man mit diesen Glaubenssätzen eine Änderung angeht in seiner Verhaltensweise. Deswegen sollte man Glaubenssätze definitiv ablegen, abbauen. Die Frage ist nur immer, wie schaffe ich das? Wie bekomme ich das hin, meine alten Glaubenssätze abzubauen? Und da ist von mir ein ganz wichtiger Tipp, das Warum muss stark genug sein. Wenn wir ein starkes Warum haben, zum Beispiel zum Thema gesunde Ernährung. Die gesunde Ernährung ist nicht nur für die Waage, ist nicht nur für den Spiegel, ist nicht nur, dass ich sexy aussehe, sondern die gesunde Ernährung ist dafür da, dass ich gesund alt werde, dass ich in meine Zukunft investiere. Denn ich möchte auch, wenn ich alt bin, noch fit sein, leistungsfähig sein. Ich möchte auch irgendwann meinen Luxus genießen können, wenn ich älter bin. Ein starkes Warum. Ein starkes Warum ist auch, ich habe Verantwortung für meine Kinder. Ich möchte nicht, dass meine Kinder leiden, weil mir es schlecht geht. Ich möchte nicht, dass meine Frau leidet, weil ich keine Rücksicht auf meine Gesundheit genommen habe. Auch ein starkes Warum. Und dieses starke Warum kann alte Glaubenssätze aufheben. Nummer eins. Das nächste ist, dass diese Glaubenssätze, die beruhen ja oftmals nicht auf meiner eigenen Weisheit, sondern es sind übernommene Glaubenssätze von anderen Menschen. Und da ist ganz gut auch mal drüber nachzudecken, ist es tatsächlich so, dass gesundes Essen nicht schmeckt. Ausprobieren und feststellen, wie meine meisten Coaches von mir, ey Andreas, das Essen ist richtig geil, das schmeckt lecker. Boah, den Nudelsalat, was du mir da verschrieben hast, der ist ja so geil. Wow, und der Salat mit Thunfisch und mit Zwiebeln und mit Kapern. Oder morgens das Omelette mit Lauch, mit Tomaten, mit Paprika. Mit getrockneten Tomaten drin. Alter, mit Körnern drauf. Schmeckt das lecker. Und das Müsli. Boah, mit frischem Obst. Und mit Amaranth. Alter, das Zeug ist so geil. Indem man ausprobiert und erstmal auch selbst die eigenen alten Glaubenssätze überprüft. Weil die Glaubenssätze blockieren uns ja. Die hindern uns ja überhaupt erstmal ins Tun zu kommen. Glaubenssatz auf die Seite mal anfangen. Braucht man natürlich einen guten Partner dazu, der eben auch entsprechend die Rezepte liefert, die schmecken. Denn wenn es dann nur Blumenkohl, Brokkoli und gekochten Fisch gibt, das hat mit einer gesunden Ernährung dauerhaft nichts zu tun. Dann funktioniert es nicht. Aber wenn man sich da mal drauf einlässt, die alten Glaubenssätze nimmt und sagt, okay, schön, dass es gibt, aber küss mir den Buckel. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Dann stellen wir fest, gesundes Essen kann schmecken. Genauso der Glaubenssatz. Oh, Sport ist nur anstrengend und Sport ist nur was Faulenser. Dann fängt an, Sport zu machen. Stell fest, wow, der Sport tut richtig gut. Ich bin danach nach Hause gekommen, mir ging es richtig gut. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Nach dem dritten, vierten Mal habe ich schon gedacht, boah, ich möchte gar nicht mehr ohne Sport machen. Wie kam ich eigentlich auf die Idee, dass Sport nur anstrengend sein könnte? Das war halt der alte Glaubenssatz. Denn denk dran, Glaubenssätze sind oft kopierte, gespiegelte Verhaltensweisen, nicht von uns, sondern von anderen Menschen, von unseren Eltern, von unseren Freunden, von unserem Bekannten, vom nahen Bekanntenkreis, vom Ursprung unseres Seins, vom Heranwachsen als Kindheit. Haben wir Glaubenssätze übernommen? Es sind nicht unsere eigenen. Die kann man durch eigene Ersetzen, indem man auch mal genau reingeht in so einen Glaubenssatz und diesen irrationalen Kerngedanken in Form von, gesundes Essen schmeckt ja gar nicht, Sport ist nix, taugt nix, strengt nur an, ich schwitze, ist anstrengend. Indem man diesen Glaubenssatz nimmt und durch einen nicht irrationalen, das sind irrationale Kerngedanken, wenn wer sagt es, wer beweist es, wer gibt den Beweis, dass gesundes Essen nicht schmeckt, wenn man so nicht probiert hat, hat man ja gar keinen Beweis. Also es ist irrational. Also setzen wir das mal durch einen rationalen Gedanken und sagen, hey, ich gehe jetzt mal her und probiere mal was gesundes, ich gebe mal was gesundes Essen, ich gehe zum Freund, ich weiß, der ernährt sich gesund nicht, der hat so Rezepte. Nehme ich mal zusammen und stelle fest, boah, das schmeckt geil, das schmeckt gut, danach geht mir das richtig gut, ich bringe mir Leistung. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben einen alten Glaubenssatz genommen und haben ihn ersetzt, einen irrationalen Kerngedanken, was wir immer hatten, was verankert war bei uns, was übernommen war, gespiegelt war, kopiert war. Und von anderen Menschen haben wir ersetzt durch einen neuen Gedanken. Und was passiert? Langsam aber sicher, wenn wir stetig daran arbeiten, wenn wir stetig unser Warum stärken, wenn wir unsere irrationalen Kerngedanken, die wir uns angeeignet haben seit Kindheit an, wenn wir durch ein starkes Warum, durch rationale Gedanken, wo wir die irrationalen ersetzen, übernehmen, übernehmen wir was? Neue Glaubenssätze. Ja, wir machen nichts anderes, wie das, was wir als Kind schon gemacht haben. Wir haben als Kind, wo wir noch nicht klar fähig waren, eigene Entscheidungen zu treffen, haben wir Glaubenssatz übernommen. Jetzt sind wir in einem Alter, wo wir bewusst neue Glaubenssätze annehmen können. Und jetzt gehen wir her und überschreiben unsere alten Daten, nehmen unsere alten Datensätze und löschen sie und ersetzen sie durch neue Datensätze. Das heißt, wir machen das Gleiche, was wir schon in der Kindheit gemacht haben, nur, dass wir es jetzt ganz bewusst machen, ganz bewusst einen irrationalen Gedanken durch einen rationalen Gedanken ersetzen. Dazu sind wir in der Fähigkeit, denn wir können auch Auto fahren, wir können auch Kinder in die Welt setzen, wir sind mündig, wir können denken. Und in dem Moment haben wir natürlich auch die Macht, unsere Gedanken, unsere irrationalen Kerngedanken durch neue ersetzen. Und das ist sensationell. Wisst ihr, warum das so sensationell ist? Weil ich solche Sachen immer wieder erlebe. Leute sind bei mir, kommen mit alten Denkmustern, mit alten Glaubenssätzen, mit alten Routinen. Und wir ersetzen gemeinsam diese alten Glaubenssätze durch neue Glaubenssätze. Wir schaffen es gemeinsam, diese irrationalen Kerngedanken zu zerstören und durch neue, rationale Gedanken zu ersetzen. Passt auf, einfaches Beispiel. Zu mir kommt ein Coachi. Übergewichtig. Sportlich. Kein Bock. So. Und ich frage, warum bist du zu deinem Gewicht gekommen? Ja, ich habe immer wieder zugenommen, dann wieder abgenommen, wieder zugenommen, wieder abgenommen. Ich habe es immer wieder probiert, 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 auch wieder Sport angefangen. Aber irgendwie hat es nie so richtig funktioniert. Ein paar Wochen hat es funktioniert, dann hat es nicht funktioniert. Sondern sage ich zu ihm, ja, und wer ist es daran schuld? Na ja, mein Körper ist halt eben so ein Körper, der ist halt träge, der hat halt eben schlechte Gene. Ich habe halt so einen Stoffwechsel, habe ich von meinen Eltern bekommen, meine Mutter ist dick, mein Vater ist dick. Glaubenssätze, Freunde. Und das habe ich natürlich auch. Ich habe die gleiche Veranlagung, ich habe es schon probiert. Ich habe alles schon probiert, Freunde. Andreas, ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe alles probiert. Ich habe Diäten gemacht, ich habe Kohlsuppendiäte gemacht, ich habe Detoxpräparate geschluckt, ich habe Stromschläge mir verpassen lassen, ich habe Unterdruckmassagen, Ultraschall, ich habe Laser, ich habe alles ausprobiert. Es hat nichts funktioniert. Also, scheiß Glaubenssatz, ne? Und wir haben jetzt seinen Glaubenssatz ersetzt. Das war relativ einfach. Und zwar, meine Frage an ihn war, hast du bis dato einmal in der Zeit, was du dein Gewicht reduziert hast, hast du dich schon einmal darüber informiert, ob das Werkzeug, was du gerade benutzt, das richtige Werkzeug ist? Hä? Fragezeichen. Das ist das Gleiche. Pass auf, wenn ich eine Schraube habe mit einer 18er Mutter und ich nehme jedes Mal einen 19er oder einen 21er oder einen 17er Schlüssel und schraube an der Schraube rum, dann werde ich die Schraube nicht zum Schließen und nicht zum Öffnen bringen. Ist daran die Schraube schuld? Oder ist daran das Werkzeug schuld, was ich mir rausgesucht habe? Es ist das Werkzeug. Und genau das Gleiche war bei ihm. Er hat bis dato immer nur Dinge benutzt, die von vornherein zum Scheitern verurteilt waren. Er hatte ständig Diäten gemacht, unterkalorische Diäten, mit furchtbar langweiligem Essen. Dann hat er aus der Apotheke irgend so ein Gesöff geholt und hat drei, vier Wochen lang am Tag Essen ersetzt. Leckeres Essen ersetzt durch ein Pulvergetränk, durch ein Brei, was auch noch bescheiden schmeckt, wo künstliche Aromastoffe drin sind, wo alles drin ist, was in der Natur oftmals sogar in Vorkommen, Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, Geschmacksverstärker. In diese Sachen hat er sich reingeballert. Dann hat er einseitige Diäten gemacht, Kohlsuppen-Diät. Dann hat er keine Ahnung, was alles gemacht. Immer nur Dinge, die von vornherein schon klar waren, das ist ein entscheidender Vorteil. Dann hat er angefangen, Sport zu machen in der Woche sechsmal, siebenmal. Das hält kein Mensch aus. Nach zwei, drei Wochen war er fix und fertig. Dann hat er irgendwelche Sachen gemacht, sich mit Dingen beschäftigt, Stromschläge verpasst, Vibration, was weiß ich, wo ihm versprochen wurde, mit ein, zwei Mal in der Woche, mit 20 Minuten erreicht er alles, was ist passiert. Er hatte eben nach ein paar Wochen kein Erfolg. Das Gewicht ist nicht runtergegangen, obwohl er einmal in der Woche 20 Minuten Sport gemacht hat. Sport. Hat mit Sport nichts zu tun. Obwohl er irgendwelche Laser ausprobiert hat, hat er keinen Erfolg gehabt. Was ist passiert? Er hat die Überzeugung für sich gehabt, den Glaubenssatz für sich gehabt, es liegt an mir. Es liegt an meinem Körper. Mein Stoffwechsel ist scheiße. Meine Schilddrüsen sind scheiße. Meine Wachstumshumone funktionieren nicht. Ich habe einfach einen trägen, bescheidenen Stoffwechsel und deswegen wird es nie im Leben funktionieren. Na, es war nichts anderes, wie, dass er bis dato nicht einmal das richtige Werkzeug für sein Vorhaben genutzt hat. Einerseits war er auch zum großen Anteil selbst schuld, weil er immer versucht hat, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und andererseits waren natürlich auch viele verantwortlich in seinem nahen Umfeld, die irgendwelche Sachen vertrieben haben, irgendwelche Fitness-Trainer, was auch immer, die versucht haben, ihm mit irgendwelchen Halbwahrheiten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und letztendlich hat er es nie geschafft, sein Gewicht zu reduzieren und zu halten. Er hat meistens nach vier, drei, vier, fünf, sechs, längstens mal nach acht, neun Wochen hat er aufgegeben. Warum? Weil nichts passiert ist. Weil all die Dinge, die er probiert hat, waren dauerhaft nicht umsetzbar. Nummer eins, langweilig Nummer zwei, eintönig Nummer drei und von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und das ergab für ihn den Glaubenssatz, dass sein Körper nicht funktioniert, dass es an ihm liegt, dass er daran schuld ist. Und das war seine feste Überzeugung. Und mit dieser festen Überzeugung macht es überhaupt keinen Sinn, jemandem einen Trainingsplan zu geben, einen Ernährungsplan zu geben, sondern jetzt muss erst mal daran gedacht werden, wie bekommen wir die alten Glaubenssätze los. Wie ersetzen wir die alten Glaubenssätze, neue Glaubenssätze? Wie schaffen wir es, ihm ein neues Werkzeug beizubringen? Und das war die Herausforderung und das ging auch relativ easy, denn er hatte dann von mir einen Trainingsplan bekommen, einen Ernährungsplan. Er hatte von mir ganz klar gezeigt bekommen, dass es bis dato immer nur das falsche Werkzeug, was er benutzt hat. Die ganzen irrationalen Kerngedanken wurden ersetzt durch rationale Kerngedanken. Und sieh da, vier Wochen später hatte er fast fünf Kilo weniger und heute hat er über 20 Kilo weniger und hält sein Gewicht schon über ein Jahr. Warum? Weil er erstens die alten Glaubenssätze abgelegt hat und zweitens, weil er für sich sich für das richtige Werkzeug entschieden hat. Und weil er auch für sich eingesehen hat, dass der Weg des geringsten Widerstandes das falsche Werkzeug ist, dass es so nicht funktioniert. Und mit dieser Einstellung geht er heute raus und soll ich euch auch sagen, der Liebe hat mir zwischen dem Zeitpunkt schon, ich glaube, sieben oder acht Kunden gebracht. Die hat er mir vermittelt, weil er in seinem nahen Umfeld genauso Kunden gehabt hat oder Leute gehabt, die genauso agiert haben wie er, die genau das gleiche gemacht haben. Die hat er so kennengelernt. Die hat er zu mir geschickt und da war genau das gleiche Spiel in Grün. Die hatten auch diese irrationalen Kerngedanken, die völlig falsch waren. Die hatten auch die Überzeugung, sie haben ja immer anders gemacht. Es liegt in dem Stoffwechsel, an ihren Genen. Ihr Stoffwechsel funktioniert, ihr Schilddrüse geht nicht. So, und auch alle die anderen haben jetzt das richtige Werkzeug, haben den Umgang mit sich selber gelernt, haben auch gelernt, dass gewisse Dinge funktionieren und gewisse Dinge nicht funktionieren, haben gelernt, dass auch hier es niemals über den Weg des geringsten Widerstands funktioniert, sondern über Einsatz und über das Nutzen der richtigen Werkzeuge, zu wissen, wann man was isst, zu wissen, wann man was trainiert, welche Art von Training und dass man eben mit einmal 20 Minuten Sport in der Woche mit einem nicht geregelten Essverhalten auf Dauer keinen Erfolg hat. dass man für seinen Erfolg natürlich auch Investment betreibt, in Form von Einsatz, in Form von körperlicher Arbeit, in Form von ich gehe in die Küche, richte mir meine leckeren Speisen und freue mich, dass ich mich gesund ernähre. Ich gehe regelmäßig zum Sport, ich schwitze beim Sport und ich habe Erfolg dabei. Mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen neuen starken Warum, mit diesen neuen Überzeugungen, mit diesen neuen rationalen Gedanken sind diese Leute super erfolgreich und sind jetzt davon überzeugt, dass sie nicht schuld darin sind, dass es nicht geklappt hat, sondern dass es letztendlich immer nur das Nutzen des falschen Werkzeuges war. Und wenn ihr jetzt mal in euren Bereich geht, ob es im Business ist, ob es im Familienleben ist, in der Freundschaft ist oder in der Gewichtsreduktion, im Sport, im Umsetzen, überlegt mal, ob das Werkzeug, das ihr gerade nutzt, das richtige Werkzeug ist. Und wenn es nicht funktioniert und wenn ihr auf Dauer keinen Erfolg habt, garantiere ich euch, dass ganz, ganz oft alte, uralte Denkmuster und irrationale Kerngedanken und das Nutzen von falschen Werkzeugen der Verursache ist, dass ihr keinen Erfolg habt. Das waren meine abschließende Worte. Ich wünsche euch bei allem, was ihr tut, ganz viel Erfolg, wenn ihr sagt, der hat mir jetzt aber ganz schön zum Nachdenken gegeben. Dann könnt ihr auch unten mal die Bemerkung reingucken. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich freue mich natürlich über alles von euch, wenn ihr euch meldet, wenn ihr euch zu Wort meldet, wenn ihr kommuniziert, wenn ihr selbst Ideen habt und sagt, das und das habe ich gemacht, das und das hat bei mir funktioniert. Oder wenn ihr sagt, lieber Andreas, ich könnte deine Hilfe brauchen. Auch dann findet ihr unten in den Shownotes meine Adresse, der direkte Link, der zu mir führt und ich helfe euch sehr, sehr gerne bei eurem Vorhaben. Das war's, ihr Lieben. Ich wünsche euch bei allem, was ihr tut, richtig viel Spaß und richtig viel Erfolg und denkt dran, nutzt die richtigen Werkzeuge. Dankeschön.